Hallo und Herzen und Herzen, hier bin ich von New German Reviews, heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit Hitman. Und zwar, heute machen wir die Gelegenheit, wo ist denn die da? Das verräterische Herz. Genau, die machen wir heute. Ähm, wo ich dafür hin muss, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, aber was ich dafür mich erstmal machen muss, ist mich verkleiden. Denn das ist, glaube ich, irgendwo da vorne. Ja, ich hab's gerade schon kurz gespielt, ich hab daran gefällt und egal. So, ich muss bei meinem Verkleiden. Ah, ne, hier bin ich falsch. Da muss ich hin. Ähm, und zwar als Polizist. Und warum, weshalb, wieso und so. Ist einfach nur, weil ich da irgendwo rein muss. Und als normaler Patient, ohne irgendwas anderes, komme ich da nicht so rein. Guten Tag. Ähm. Ne, ich bin nicht mehr mit. Hey, guck mal. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Wow, this is super embarrassing. Äh, at least we don't attend the same social circles. Ja, so wird man mal für andere angesprochen, wenn man mal, aussieht wie, super, super, du wolltest wie Helm mit Krüge aussehen, übrigens. So, kleiden. Waffe mitnehmen. Und dich einmal ziehen. So, Laufen, da kommen wir jetzt nicht in den nächsten zwei Sekunden rein. Dann, aber beseitigen. Okay. Jetzt sind wir schon verkleidet. Ich speichere mal kurz. Bevor irgendwas anderes passiert hier. So. Merkt er, dass da irgendwas fehlt oder so? Na, merkt er nicht, super. Gut. Jetzt komme ich hier bestimmt rein, richtig? Okay. Scheiße, jetzt komme ich da doch nicht rein. Muss ich mich doch irgendwie... Weg, 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 weg. Jetzt muss ich mich doch als Doktor verkleiden. Wer bist du, Mann? Ich, ich weiß dich? Oh, shit. Oh, die Scheiße, ich höre zu. Okay. Ich muss mich also doch als ein anderer verkleiden. Äh. Das wird schwer. Das wird, glaube ich, gar nicht so leicht. Das ist Yuki Yamazaki. All die Läufer der Yakuza und der aktuellen Operative der Läufer. So, was ich mal versuche. Ist, wir hatten da unten ja immer welche. Da unten sind ja zwei. Vielleicht kommt die ja da rein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Deswegen. Moment, mal eben speichern hier. Moment, mal eben. Ich weiß es nicht. Und genick bleiben. Ich auch einmal. So, als Leibwächter verkleiden. Ich glaube, die, ich habe keiner mehr hier. Komm ich als Leibwächter vielleicht da rein? Das wäre natürlich super. Ich würde es hoffen. So, okay. Der kennt mich. Ja, schön. Was ist denn, Mann? Okay. Und so komme ich rein. Super. So, dann muss ich einmal hier lang. Oder muss ich hier doch nicht rein? Doch, ich muss hier rein. Ich muss da unten hin, muss ich, äh, um die Gelegenheit zu finden. Okay, gehe ich mal da runter. Es ist mir. Es sind die letzten Details, die in Plexe? Wir wollen über ihn irgendwie miteinander reden, weil die reden nicht miteinander. Ich wünsche dir immer noch, dass wir ihn in jemandem, jünger, dankbar. Ihr seid nichts. Ich habe keine Waffen mehr dabei. Die Bahn will mich erkennen. Und hier rein. Okay, da vorne muss ich hin. Gut. Dann werde ich mal sehen, wie ich da hinkomme. Ah, ein Beweis der Stirn hier. Ja, keiner. Okay, ich will mich beide erkennen. Das ist doof. Was denn? Wenn ich mich direkt hinter verstecke. Hey Mann, wer bist du? Ich bin nicht sicher, dass ich dich weiß. Oh shit. Gut, dass er mich nicht mehr sieht. Auch wenn er mich vollkommen sehen würde. Wenn er einmal hier hingucken würde. Verstecken. Beste Versteck. Das ist das beste Versteck, was ich hier gesehen habe. Das ist das beste Versteck. Okay. Dann ist, wie geht es? So, wie funktioniert das? Und wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Das ist das beste Versteck. Wie funktioniert das? Es ist ein Zeichen. Interessant. Der Kurator überzieht das Hospital-Organ-Storage-Fazilie und sicherlich hat Access zu Soda's Donor-Heart. Ich empfehle, dass Sie das Forschungsrahmen-Report 47 befinden, und herausfinden, was dieses Neural-Implant ist. Das könnte sinnvoll sein. Ich werde Sie zu Ihrem Check-Up bringen. Das war für Herrn Jason Portman. Herr Jason Portman. Ein Doktor wird Sie zu Ihrem Anruf. Bitte gehen Sie zu der Hospital-Entrance. Alter, ein Skalpell so zu werfen, dass man damit jemanden tötet, ist schon krass. Aber wenn du das schaffst, dann bist du schon richtig gut. Notizen des Forschungsassistenten. Hierbei handelt es sich um Forschungsnotizen über den Kurator und seinen Neurochip-Implantat. Neben der Funktionsweise des Chips beschreiben sie die dosierungsabhängige Stimmungsschwankungen des Kurators. Laut den Notizen führt die Erhöhung der Dosis zu einer freudigen Erregung, während die Verringerung der Dosis einen Rückfall in eher depressiven Verhaltungsmuster bedingt. Interessanterweise hat der Assistent die Dosierung mittels der in der Schlafkapsel des Kurators gefundenen Fernbedienung ohne dessen Wissen angepasst. Meine Güte. Suche im Schlafbereich nach der Neurochip-Fernbedienung. Ah, okay. Ich hab dich schon mal gefunden. Den ganzen Dach habe ich schon mal gefunden. So, komm hier lang. Dann komme ich hier zum Schlafbereich, glaube ich. Die sind auch gar nicht gesichert oder so, ne? Die ganzen Sachen hier. So. Hier haben wir Bilder. Aber hier haben wir... Ist das doch der Schlafbereich? Dach da unten ist Fernbedienung. Fernbedienung des Neurochips. Erhöhen sich die Dosierung mithilfe der Fernbedienung. Okay, also muss ich näher an dem... An wen jetzt dran? An den dran, okay. Okay. So. So, so. So, so. Erhöhen. Ach, da. Da muss ich an. Okay, ich erhöhe dich mal. Ist ja... Okay, wo ist denn der Dresor? Ja, go. Genau, ich bin voll deiner Meinung. Das war jetzt doof. Shit, geh doch weg hier. Okay, ich werd erstmal im Neuladen. Äh, hier kann ich ja direkt hin. Oh, jetzt haben die mich gesehen. Scheiße. Ich dachte, die... Ja, die haben mich gesehen. Er ist jetzt wieder hier am... Ich frag mich, was der Assistenzarzt da... Oder was der Arzt da mitdenkt, so. What the fuck, was hat der denn jetzt auf einmal? Ja, das ist mir noch nicht aufgefallen. Genau. Moment, beim Speichern. Just in case. Nichts. Alles gut. Bitte, Sir, ich brauche dich zu stoppen. Oh, shit. Das ist deine letzte Warnung. Wisst ihr was? Ich bin mir gar nicht interessiert. Hey! Du... Ich dachte jetzt gerade eben so... Insgeheim so... What the fuck, ist das jetzt hier in Ernst? Die... Die gehen jetzt einfach weg. Die... Die machen jetzt gar nichts mehr. So, die gehen jetzt beide weg. Jetzt kann ich da nicht rein. Tut mir leid. Und... Muss ich leider gerade... Ein bisschen, äh... Würde ich mal sagen... Unterbrechen. So, mein Güter. So, einmal öffnen. Und ich zerstöre das Herz. Was ganz schön enkelhaft ist. Jetzt. Jetzt. Ja, genau. Der hätte jetzt einfach das Herz genommen einfach weggeworfen. Okay. Das ist krass. Na gut. Hier im Müllammer haben wir jetzt auf jeden Fall ein Herz. Cool. Äh... Das war auch die Gelegenheit. Wenn es gefallen hat, könnt ihr euch mit dem Daumen hoch geben und zwar ins Wort. Alright. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Aber wenn es so ein Lohnge stopp ist, kann man es zu. Also. Und dass Sie die Lohnge this. Vielen Dank.